Lieber Wim, herzlich willkommen im Basecamp. Danke. Am Samstag haben wir hier den ersten Insta-Walk. Da freuen wir uns sehr drauf und jetzt losen wir die Teile raus. Richtig? Wir haben 18, die Sie beworben haben. 12 ziehen wir raus aus unserem schönen, orangen Los drumherum. Und wir sind die Glücksfäen, wenn auch nicht im Tü-Tü. Auf geht's! Nummer 1 ist der Rainer. Super. Den kennen wir. Kennst du auch persönlich? Ja, ich auch. Nummer 2 ist Authentic Bond. Authentic Bond ist ja im Grunde auch, ich muss sagen, passt ja hier zum Untertitel vom Basecamp sozusagen. Die müsste dabei sein, das ist schon gut. Der, die Nächste ist J.Rush 2018. Im Fernsehen zeigen das immer so in die Kamera. Das ist total rechtsrelevant. Als Nächste haben wir Christine Boring. Hat sich eigentlich der Notar von Autoswesenzustand des Ziehungsgerätes vorher überzeugt? Ja. Okay, dann ist das richtig sauber jetzt. Genau. Ebenfalls dabei ist der Olaf Scharfenstein. Mit dabei sein wird auch Rainer R.I.T. Der Rainer war ja schon mal hier. Und hat sich den Bönsche Wimmel von außen angeschaut. Und wird sich freuen dabei sein zu können. Ja, ganz toll. Also ihr seid im Grunde dann so mit die Ersten, die die Lönsche Wimmel auch fotografisch dann dokumentieren und testen können. Das ist eine alte Straßenbahn, die fast 100 Jahre alt ist. Und die ist früher durch Bonn gefahren. Als Gastro, Bahn, praktisch als Touristen war. Jetzt steht sie bei uns und man kann dort kleine Feiern veranstalten. 19 Personen passen nachher als die Tische drin. Und eine Zappanlage. Und man kann schön feiern. Ich habe gesehen, ihr bietet auch hier eben regelmäßig Abstände an. So Essen mal in den Bönsche Wimmel. Genau. So eine Art Zappanlage. Ja. Und Gin-Tastings, Weintastings. Alles so kleine Geschichten. Nachmittag mal Kaffee und Kuchen. Also, oder wenn ihr die Idee noch was von der machen kann, fragt einfach Krauts nach. Ja, super. Du, ich wüsste mehr. Aber seh, du warst da. Nee, nee, nee. Ich will mir die vordränge, um Gottes Willen. So, am Samstag begrüßen wir ebenfalls den, die Polyfoe. Polifox. Super. Dann haben wir dabei Turtles. Das wäre Turtles. Das wäre Turtles. Ja, das wäre Turtles. Das wäre Turtles. Das wäre Turtles. Das wäre Turtles. Und hier wird dann gearbeitet, ein bisschen laut. Ab fest, würde ich als unterschiedliche Superzonen passen. Urban Spa. Ja. Ja. Wir freuen uns auf euch. Dann haben wir dabei Caroline Bonn. Hm. Noch jemand mit Bonn? Ja. Er hat ja keine große Anreise. Authentic Bonn. Ja, ja. Und dabei ist auch der Markus-www. Westerwald, Wienerwald, Westerwelle, oder was? Weitwinkel. Dann haben wir noch Weitklick. Hm. Und noch eine Dame, die Anne M. Guck. Ja. Äh. Kannst du drauf sein? Ja. Da ist er. Ja. Ja. Zum Schluss. Ja. Ich habe hier zwölf, vier auf der Liste. Ja. Ich glaube, wir können sagen, eine tolle Aussage. Ja. Einige kenne ich davon auch persönlich. Christine Borey, Olaf Schadenstein, Rainer Feiner. Und ich freue mich auch, wieder neue Leute kennenzulernen hier bei Soesterbork. Das ist immer lustig. Und ich glaube, wir haben viele Möglichkeiten zum Fotografieren hier. Ja. 13 Wohnwagen, eine Seilbagengondel, zwei Zugwagons, vier A-Streams draußen im Tiny House. Dann natürlich grundsätzlich die Gestaltung, Trabi, Telefonzellen, Bühne, alles Mögliche. Ein riesen Beethoven in 2,40 Meter Höhe. Ganz toll. Also, Samstag geht's los. Samstag, 8 Uhr. Macht tolle Fotos. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bye. Bis dann. Bye. 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 Vielen Dank.